so was haben wir denn hier noch ein wohnen ein hund mein hund die am meisten unterschätzte ressource so haha die verbinden sich nicht aber man kann noch durchlaufen das ist scheiße dann nehmen wir die holzachs muss ja muss ja irgendwie vielleicht dann doch mal eher so hat die in der ecke können also bleiben die sollen ja quasi nur so abstützelemente für die decke symbolisieren an der stelle ja das ist okay so und da sie das sind das ist jetzt auch nicht mehr so schlimm wenn man so macht ja das heißt dann aus der ecke muss der auf jeden fall verschwinden damit ich hier so machen kann ja 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 das sieht gut aus also gut liegt im auge dessen und so aber ist okay erstmal was mein ganzes holz ausgegeben wobei geht noch weil ich muss ja jetzt noch gucken wie das rezept war ich meine es war so zwei stickys und zwei ja das macht ein gutter zwei so noch mal vier zu wenig das macht fünf türen und hier muss ich mir noch eine sechste machen beim boden muss ich auch da rausreißen zack 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 und noch eine tür eine tür sind vier stickys und zwei planken ach das ist ja dann auch in 1 8 dann sehen die alle unterschiedlich auch da muss man das auch vom gleichen holz typ farben ist aber auch anstrengend so damit kann man hier von allen gattern alle gatter das ist schon mal okay das ist schon mal okay so dann muss der boden noch aus weil wir brauchen hier drin wir brauchen achten könnten natürlich auch jetzt hier einfach noch eine fackel drauf setzen ja also prädestiniert für tiere würde ich mal sagen so und kühe stört hat nicht wenn sie auf 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 dings hier zu stehen auf stein auch nur ein gehege für schafe ich mal sagen so das macht man dann hier hinten in die ecke wird es nicht so auffällt nehmen erstmal nur dort und dann müssen wir uns am nächsten tag von oben natürlich zum vorschein müssen wir uns oben mal noch was holen und zwar mit der entsprechenden portal gang der entspricht nein also mit der portal gang dann oben ein bisschen gras holen und das dann hier quasi einlegen das ist ja nur damit wir hier dann die begrünung beginnen können das breite sicher dann quasi von alleine aus röchel röchel wustust ja genau das wollte ich nicht so die lichtlevel sind ok dafür ja so dann mal zweimal hier raus nehmen so portal gang nehmen das orange portal dahin setzen ja das ist ja schon raus so da wäre ein loch gefallen blauer so dann machen wir die holen uns den gras block natürlich setzen ihn ein das ist schon ein schönes werkzeug muss ich sagen so zack also im endeffekt ersetzt das diese silk touch hast nicht gesehen pickaxe glaube er hat auch waren pickaxe so jetzt verbreitet sich das da auch wirklich mal ein bisschen das ist ja tag das heißt wir können jetzt tiere farmen das war ich sowieso schon die ganze zeit lalala lala 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 eine fliedermaus quietscht vor sich hin und hier waren noch irgendwo eben noch scharfe ich höre sie au mh 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 irgendwo da drüben ach da schaut sieht hier ein scharf im gatter ist das nicht cool ich finde das klasse so nennen nehmen wir jetzt erstmal alle in dieses gatter und dann müssen wir die unten wiederum mit der portal gang hin und her trennen so auf schnee funktioniert das wieder nicht mh jetzt müssen wir den schnee unter dem schaf äh unter dem schwein weg machen damit wir es porten können na das war aber erfolgreich so zack das schwarze schweinko böse das nehmen wir auf zack ach ja so ein baumschwein mh 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 vieler mh mh l mh 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 n mh 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 sehr mh mh ha so so alle schweine drüben und jetzt das schaf das schaf ist jetzt hier wieder drin genau so das gras verbreitet sich schon das ist schön blauer portal vielleicht ist genau beziehungsweise dahin dann können wir in dem gatter wieder was anderes genau zum vorsortieren also wir haben jetzt ein schaf und die ganze schweine das gut sieht es aus dem tag das wird schon wieder abend so vielleicht mal eine andere richtung da haben wir eben schon ordentlich abgegrast was hier auch so ein schnee bio ist ja auch mal wieder ziemlich geil aus das ding hier hallo bio oh ja sugarcane sugarcane nehmen wir mit können ja aktuell können wir ja noch alles gebrauchen auch eine erntemaschine verbauen dann mit einem tageslicht sensor der das dann mal umschubst mit dem piston neue maschinen braucht das land das war nicht so schlau es ist bloß die frage ob wir dann gleich ruhe hallo ach jetzt packt der shader um interessant was haben wir denn jetzt hier gerade besondere lichtverhältnisse wir sind in der diversität der zeit gefangen komisch so was haben wir denn hier noch ein wohnen ein hund mein hund das ist doch schön das ist eigentlich ein bug aber ist mir egal ein armer noch einer und schweine das wird doch wieder nix ist echt schwer aus diesen löchern wenn wir am boden sind raus zu springen das kannst du nicht vergessen gut das heißt das orange machen wir da mal hin das blaue da hin da hin da hin da hin da 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 so tiere sortieren mit der portal gun ich stehe drauf da wieder hin und auf so unsere errungenschaft das ach wir hatten schon zuckerrohr nun gut aber wir könnten mal den ganzen siehst du ich wollte ja noch ich wollte ja noch deswegen haben wir das ganze überhaupt angefangen hier um unseren ofen aufzubauen so also hier mal ofen ofen erstmal so so flint ganzen schuh hier aus dem inventar nehmen erstmal ja sowieso alles wieder kaputt noch einer von so sehr schön sehr schön man kann glaube ich auch tiere anheben ja also auch das würde gehen zum umsortieren da kann man sie auch rüber heben mit der portal gun ist jetzt nicht ganz so toll aber wie das brauchen aber ist eigentlich auch okay so schön also müssen wir müssen wir demnächst mit dem weizenanbau beginnen damit wir hier ach nee warte mal ich brauche noch also mindestens ein steck dirt muss man äh nein das war kein dirt das war dirt ein halben halben stack sagen wir mal einen halben stack eisen haben wir dann auch sieben gleich das ist schön zehn das heißt wir können wasser einmal machen das heißt wiederum wir können mit dem ackerbau beginnen so der block da rein sehr schön zeit fürs bäckchen bäckchen und ja war jetzt wieder länger als ich dachte mal gucken wie ich das jetzt zusammenbastel könnten drei folgen werden dann bin ich bis sonntag durch oder so und damit uns allen nicht langweilig wird tun wir einfach mal so als würde uns nicht langweilig werden wir sehen uns demnächst und hören uns umso mehr und ich bedanke mich fürs aufmerksam bleiben bis zum ende dieser folge bye bye